Ein Mann braucht andere Männer, besonders ältere Männer, die ihn ehren, die ihn segnen, die ihn ermutigen, die ihn auf seine Fehler hinweisen und ihn auf seinem Weg begleiten. Immer wieder sagt man uns, dass wir in einer Männerwelt leben. Doch die statistischen Daten über Männergesundheit, Glücklichsein und Lebenserwartung belegen, dass das nicht wahr ist. Man kann sogar mit gutem Grund behaupten, dass unsere gesamte Lebensführung den Bedürfnissen von Männern widerspricht, ja die Männer buchstäblich, geistig, seelisch und körperlich vergiftet. Jeder Mann ist mehr oder weniger geschädigt, hinkt durchs Leben und macht gute Miene zum bösen Spiel. Wie Toreo sagte, die Masse der Männer lebt ein Leben stiller Verzweiflung. Ist es möglich, dass jene Männer, die schließlich durchdrehen, den Schmerz und die Verwirrung, die wir alle empfinden, nicht mehr ertragen können? Hier einige Fakten darüber, was es heißt, im ausgehenden 20. Jahrhundert ein Mann zu sein. Männer leben im Durchschnitt sieben Jahre weniger lang als Frauen. Männer scheitern immer wieder an Intimbeziehungen, nahezu jede zweite Ehe zerbricht, wobei die Frau doppelt so oft die Scheidung einreicht. Knapp 80% aller Verurteilungen wegen körperlicher Gewalt betreffen Männer und 70% der Opfer von Gewalttaten sind Männer. Bei der seelischen Gewalt sind mehrheitlich Frauen die Täterinnen, was aber in unserer Gesellschaft nicht als Gewalt gilt. In den Schulen sind drei Viertel der Kinder mit Verhaltensstörungen Jungen und mehr als zwei Drittel der Kinder mit Lernschwierigkeiten sind ebenfalls Jungen. Einer von sieben Jungen wird das Opfer von sexueller Belästigung, bevor er das 18. Lebensjahr erreicht hat. Über 95% der Gefängnisinsassen sind Männer, weil nur die Gewalt von Männern strafbar ist. Die dritthäufigste Todesursache von Männern zwischen 15 und 65 Jahren ist Selbstmord. Männer können nicht kochen. 90% aller Spitzenköche sind Männer. Knaben und Mädchen werden zu 90% und mehr von Frauen und deren Vorstellungen erzogen. Alle modernen Empfehlungen sind sozialistische Antigewaltmethoden, um die Männer künstlich schwach zu halten. Im Gegenteil sind sie zum großen Teil die Ursache, dass die wirklichen Probleme nicht offen gezeigt und korrigiert werden können, sondern durch Pseudoaufarbeitung unterdrückt bleiben. Die Faust im Sack machen oder die Gefühle heimlich ins Kissen schreien ist keine Lösung, sondern Unterdrückung. Diese psychische, gewaltfreie, anti-autoritäre Erziehung, dafür umso stärker seelische Gewalt ausübend, wurde von vielen schon lange entlarvt. Männer, werdet wieder richtige Männer. Ohne fremde Hilfe entwickelt sich aus einem Sämling ein Baum und aus einer Kaulquappe ein Frosch. Aber ein Menschenkind braucht viel Unterstützung, bevor es zu einem funktionierenden Erwachsenen heranwächst. Um unsere Geschlechterrolle zu erlernen, brauchen wir wahrscheinlich tausende von Stunden der Interaktion mit älteren, geistig und emotional reiferen Mitgliedern unseres eigenen Geschlechts. Es bedarf der Hilfe einiger richtiger Männer, bevor aus einem Jungen ein Mann wird. Die Schule ist dafür genauso wenig geeignet wie das Fernsehprogramm. Auch die Mutter, so sehr sie sich auch bemühen mag, kann dies nicht alleine bewerkstelligen. Jungen brauchen Umgang mit gesunden Männern und dieser Bedarf besteht auch im Erwachsenenalter fort. Jüngere Männer brauchen ältere Männer und mittelalte Männer brauchen noch ältere Männer. Wird dieser Notwendigkeit Rechnung getragen, dann ist das Leben unendlich viel leichter zu bewältigen, stabiler, interessanter und freundlicher. An die Stelle des einsamen Kampfes und der Versagensangst tritt dann das Gefühl, dass man gestützt durchs Leben der Meisterschaft entgegen geht. In der Natur folgen sämtliche Entwicklungen einem vorgegebenen Muster. Was den Mann anbelangt, ist dieses Entwicklungsmuster in Vergessenheit geraten, sodass der ganze Prozess weitgehend dem Zerfall oder richtiger der sozialistischen Agenda überlassen bleibt. Wenn wir uns mit anderen Kulturen befassen, sehen wir immer wieder, dass der Erziehung junger Männer viel Gewicht beigemessen wird. Wie Männer und Jungen getrennt wurden. Erstmals in der Geschichte arbeiteten die Männer jetzt von ihren Söhnen getrennt. Sie stehen noch vor Tagesanbruch auf und kehren erst nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause zurück. Die allgemeine Schulpflicht wurde eingeführt, doch nicht in erster Linie aus humanitären Gründen. Vielmehr sollte sie die Kinder darauf vorbereiten, sich mit neun oder zehn Jahren als willfährige Fabrikarbeiter zu verdingen. Zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte wuchs eine Generation von Jungen heran, die nicht mehr im ursprünglichen Wortsinn bevatert wurden. Heute finden wir diese Verhältnisse ganz normal. Väter arbeiten und Mütter ziehen die Kinder auf oder lassen sie in Kindergärten oder Tagesstätten von anderen Frauen betreuen. Hinterher werden dann unsere Sprösslinge meist von Lehrerinnen auf das Leben vorbereitet. Und so bleibt den Jungen nur die Wahl, sich entweder zu fügen oder brav zu sein oder aber zu rebellieren. Das ist aus einem Bericht zitiert, den André Blanc, CEO und Gründer von VivoTerra, auf seiner Homepage zu diesem Bereich veröffentlicht hat. Rockefeller sagte folgendes, Die Zerstörung der Familie durch Feminismus und Genderismus ist unsere Erfindung. Und das aus zwei Gründen. Vorher zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast doppelt so viele, weil jetzt auch die Frauen für Geld arbeiten gehen. Außerdem wurden dadurch die Familien zerstört und wir haben die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle durch unsere Medien und unsere Vorstellungen. Die Kinder bekommen jetzt unsere Botschaften eingetrichtert. Sie sind nicht mehr unter dem Einfluss der Familie, sondern unter unserem. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhätten, haben wir eine kaputte Gesellschaft voller Egoisten erschaffen. Schwere Krisen in Ehen und Familien, explodierende Scheidungsraten mit der Zerstörung von ganzen Familien, Wertezerfall mit schwerstwiegenden Folgen für die ganze Gesellschaft, übermäßiger Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Drogenmissbrauch, Gewalt in Schulen und Gesellschaft, unzählige Kriege mit riesigen Flüchtlingsproblemen. Die Gewinne von Unternehmungen sind privatisiert und die Lasten sind sozialisiert. Über diesen hochspannenden Bereich spreche ich heute mit Martin Strübing im Interview. Herzlich Willkommen bei Vivo Terra, hier und jetzt. Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass ihr mir heute mal wieder seine wertvolle Zeit schenkt und sage herzlich Willkommen Martin Strübing. Herzlich Willkommen Francine im Blaubeerwald, zumindest virtuell und natürlich alle Zuschauer. Lieber Martin, ich möchte heute ja über ein sehr spannendes Thema mit dir sprechen und habe als erste Frage an dich. Was denkst du denn zu diesem Einleitungsbericht, den ich gerade von André zitiert habe? Welche Teile davon siehst du auch so und welche Teile davon siehst du vielleicht anders? Also grundsätzlich vom Gesamtkonsens kann ich das schon bestätigen. Also das sehe ich ähnlich. Ich finde jetzt da nichts, wo ich völlig anderer Ansicht bin. Aber es ist halt sehr fundiert, sehr differenziert, weil er geht ja da auf verschiedene Epochen und auf verschiedene Aspekte in dieser Einleitung ein. Und hier müssen wir vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachten, weil jeder Bereich, also ich meine jetzt auch, wenn wir jetzt mal heute anfangen, die heutige Familiensituation und dann aber auch zurückgehen, wie ist das überhaupt entstanden, wie konnte das überhaupt sein, dass ich diese Situation als Normalität manifestieren konnte. Und ich möchte da auch nicht nur jetzt Einflussflüsse ansprechen, wie es jetzt eben auch am Schluss dieser Einleitung ist, was jetzt Rockefellers Pläne oder eben die Pläne dieser hintergründigen Elite betrifft eben, sondern es gibt auch andere natürliche Entwicklungszyklen, weshalb das die Situation jetzt so ist. Und aber ich finde es auch sehr wichtig halt zu schauen, okay, was ist jetzt die Lösung? Wie können wir jetzt damit in die Veränderung gehen? Wie können wir daraus lernen, was jetzt in den letzten Jahrhunderten sich verändert hat in unserer Gesellschaft, wo eben die Gesundheit jetzt nicht nur der Männer, sondern es geht ja auch der Frauen und der Kinder und überhaupt dieser ganze Umgang, wie wir da wieder auf eine gesunde Spur kommen. Weil natürlich hat diese Verzehrung oder dieses Ungleichgewicht, was im Laufe der Zeit entstanden ist, viel Lernmaterial, viel Erfahrungsmaterial dadurch generiert. Und die Frage ist sowieso, gab es überhaupt mal eine Zeit, wo es gesund war, wo es also zwischen Mann, Frau, Kind und Ahnenreihen wirklich ein gesundes Miteinander gab und ein gleichwertiges oder eine Konfiguration, wo jeder innerhalb dieses Gruppenbewusstseins auch wirklich seinen Platz ehrvoll und wertschätzend und liebevoll bekommen hat oder einnehmen konnte und auch dann dadurch natürlich sein Optimales in diesem Gruppenfamilienkontext eben leben konnte. Glaubst du, dass wir so eine Zeit einmal hatten in der Vergangenheit? Ja, auch wenn es vielleicht schon sehr lange zurückliegt und sogenannte goldene Zeitalter betrifft. Oder man nimmt ja gerne dieses Wort golden her für ein sehr idealistisches oder hochstehend spirituelles Konzept von Kulturen, von Gesellschaften und ich bin schon überzeugt, natürlich, weil letztlich ist ja die, ich sage jetzt mal, die Blaupause existent. Das heißt, die Blaupause für den Archetyp Mann und die Blaupause für den Archetyp Frau oder Kind oder Familie oder Ahnenstruktur, das sind ja geistige Konzepte, die von Anbeginn existieren und existiert haben. Und wir können sozusagen diese geistigen Konzepte umsetzen, aufnehmen, umsetzen oder wir können natürlich eben auch im Laufe der Zeit, wie das eben geschehen ist, in Verzehrungen geraten, wo dann eben, ich sage jetzt mal, Ausführungen dieser Blaupause verändert werden und in Reibung entstehen. Also wenn man dann da andere Qualitäten mit reingibt und eben nicht mehr diese Harmonie oder diese Synergie im positivsten, liebevollsten und weisesten Sinne lebt, sondern eben da mit der Zeit halt immer mehr Dynamiken und Qualitäten mit reingekommen sind, um dieses Spiel, diese Lernerfahrung oder diese Erfahrung interessanter oder zu verändern, interessanter zu machen, dahingehend, dass eben Konflikte entstehen, die dann eben ganz viel Reifungspotenzial beinhalten. Das heißt, wir sind natürlich jetzt nach einer langen Zeit unserer Kultur schon an einem Punkt, wo wir ganz viele Erfahrungen damit gemacht haben, wie es auf destruktive Weise geht, wie es über Kampf geht, wie es über Angst geht, wie es über Egoismus geht. Also in diesem Trennungsstadium, jeder ist getrennt für sich und jeder kämpft mehr oder weniger um sein eigenes Überleben und hat nur primär zuerst mal sein eigenes Selbst im Augenschein und seine eigenen Vorteile und dann vielleicht sekundär das Interesse an den anderen. Da haben wir jetzt mittlerweile ganz viele Erfahrungen generieren können. Da können wir auf eine lange Geschichte zurückblicken. Und meines Erachtens sind wir jetzt grundsätzlich auch an einem Punkt, auch was diese Themen betrifft, dass wir jetzt aus dieser Weisheit, diese Weisheit mal zuerst für uns erkennen, unsere Erfahrungen, was wir gemacht haben. Vielleicht, bevor wir so tiefer darauf einsteigen, was heute der Fall ist und wie früher einfach noch diese Verbindungen waren, wie definierst du für dich denn Feminismus, Weiblichkeit und auch Männlichkeit? Das ist wieder ganz schwierig. Also der üblich verstandene Feminismus, der vordergründig mit der Verpackung daherkommt, die Rechte der Frauen zu stärken und des Weiblichen zu stärken, ist für mich eine Mogelpackung. Weil durch den Feminismus hat man, wie das ja auch schon von Rockefeller in diesem Zitat angesprochen wurde, eigentlich einen Schachzug initiiert, um die Frauen wegzubringen als Herz der Welt. Ich nenne das jetzt mal so einfach als Überbegriff, das Weibliche als Herz der Welt und das Männliche, was sozusagen vom Herzen rausgeht in die Schöpfung, um bis zum Rand der Existenz sein Wirken und seine Erfahrungen zu machen und zurückzukehren ins Herz. Und der Feminismus ist also etwas, was scheinbar die Frauen in ihren Rechten stärkt, aber trotzdem auch wiederum sehr stark die männlichen Qualitäten in den Frauen verlangt und fördert. Und vor allem eben auch das Rausgehen aus dem Herzen, das Rausgehen aus dem Zentrum. Für mich hat das Weibliche ganz viel mit dem Zentrum zu tun, mit dem Herz zu tun. Das heißt, die weiblichen Qualitäten, ohne jetzt das irgendwie minder zu achten, sondern einfach, wie man es halt von früher Zeit lang kennt, dass das Zuhause, das Heim, das Herz, der Herd, die Familie von dem Weiblichen sozusagen genährt wird. Das Weibliche als Urquelle der Liebe, des Genährtseins, des mitfühlenden, versorgenden Quells, mit allem da zu sein, mit ihren Heilenergien, mit ihrer Spiritualität, mit ihrer Liebe, mit ihrer Fürsorge, mit ihrer Unterstützung. Das ist für mich schon eine Eigenschaft des Weiblichen. Das geht auch dahingehend zurück, dass für mich und auch für andere Kulturen, wenn man das so in ihren Kosmologien betrachtet, das Weibliche an erster Stelle steht. Also man könnte sagen, der erste Ausdruck des unmanifestierten Göttlichen wird in vielen Kulturen als das Urweibliche, als die Urmutter definiert. Das heißt, dass zuerst mal eben dieser weibliche Archetyp, dieses weibliche Feld oder diese weibliche Göttin in ihrer Präsenz war, bevor es dann in zweiter Folge zu dem Männlichen entstehen kam. Der Männliche, der dann in der Kosmologie, zum Beispiel der Mayas, als der Geist definiert wird, der sich dann eben mit der Göttin vermehlt und mit all den Substanzen und Eigenschaften und Qualitäten, die eben das Urweibliche in sich trägt, also wie wenn die Schöpfung sich in der Gebärmutter befinden würde, der Göttin, der Urmutter, und dann kommt eben nicht der männliche Gott, der Geist und beginnt dann aus diesen noch nicht wirklich manifestierten oder definierten Qualitäten und Kräften und Eigenschaften konkretere Kinder zu zeugen im Kontext dessen, dass eben auf der Quantenebene, was jetzt die Blaupause und die Möglichkeiten betrifft, in diesem multidimensionalen Universum eben zu manifestieren, in Formen, Lebewesen, Eigenschaften da eben zusammenkommt und diese Kinder dann sozusagen vereinzelt definiert. Das heißt, das Zusammenspiel der Urmutter oder der Göttin und des Urvaters, des Gottes, bringt erst sozusagen auf einer, lass uns mal, sechstimensionalen Ebene die ganze Blaupause in der Quantenwelt entstehen, was überhaupt alles dann konkret bis in die dritte Dimension manifestiert werden kann in Form von Eigenschaften, in Form von Erfahrungen, in Form von Formen, Lebewesen, Planeten, Sternsystemen, Galaxien und diesem Multiversum an Spielen und Erfahrungen, die wir halt hier dann letztlich auch als Menschen in der dritten Dimension machen können und darüber hinaus. Und daher ist eben der Feminismus für mich etwas, was der Frau etwas einredet, was sie leben natürlich jederzeit leben kann, weil jede Frau auch einen inneren Mann besitzt, also diese Archetypen, innere Frau, innerer Mann, sind in allen Geschlechtern vorhanden. Also das heißt, auch eine Frau mit ihrem weiblichen Körper hat eine männliche Seite und umgekehrt, wir Männer haben natürlich auch eine innere Frau eine weibliche Seite, wenn man es eben psychologisch betrachtet. Und natürlich sind wir frei letztlich, gerade in der heutigen Zeit, das zu leben, was wir wollen. Das heißt, wir Männer können die weibliche Seite in den Vordergrund stellen, wir können sogar das weibliche Geschlecht annehmen, weil wir heute die Technik und die medizinische Möglichkeit haben, dies zu bewirken, dass man wirklich eben Transgeschlecht wandelt, Transgenderweg beschreitet, wenn man das möchte. Ich finde es ein bisschen sehr, 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 sehr übertrieben, was Transgender und diese Agenda uns einreden versucht. Eben, dass wir halt nicht nur zwei Geschlechter haben, sondern auch viel mehr, dass wir uns multiple Möglichkeiten hier vorstellen können. Natürlich haben wir die Freiheit dazu, damit zu experimentieren, aber ich sage jetzt mal, wenn man das runterbricht, für mich auf das rein Natürliche, sind wir schon in einem polaren Feld des weiblichen und männlichen. Und der Feminismus hat halt die Frauen ganz stark rausgebracht, was auch eine für mich natürliche Bewegung ist, nachdem ja die Frau sehr lange Zeit unterdrückt wurde und ihren Wert vermindert wurde und sie sozusagen nur noch als Mutter und Hausfrau mehr oder weniger leben konnte, in der Abhängigkeit von Männern. Die Männer konnten über sie entscheiden, sie hatte überhaupt keine Rechte. Wenn man so diese historische Geschichte der letzten Jahrhunderte anschaut, ist der Feminismus natürlich schon auch eine Bewegung, die nicht nur künstlich initiiert wird von irgendwelchen Interessengemeinschaften, die damit eine bestimmte Absicht mit sich tragen, sondern eben auch eine natürliche Bewegung. Das heißt, es muss wie eine Pendelbewegung, haben wir unterschiedliche Stationen in diesem sehr komplexen Beziehungsgeflecht von Frau sein, Mann sein, Beziehungen zwischen Mann, Frau leben, mittlerweile Beziehungen auch zwischen Männern, zwischen Frauen und natürlich auch das ganze Themengebiet von Beziehungen mit Kindern, Kinder, Eltern oder eben ihre Urahnen, Großeltern, die ja heutzutage leider auch nicht mehr so diese Gewichtung tragen. Aber das sind alles natürliche Bewegungen, die aufgrund von bestimmten Qualitäten, die wir Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang gelebt haben oder gefördert wurden, jetzt einfach umschlagen, in eine andere Richtung gehen. Und so werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch viele Veränderungen und Experimente erleben dürfen, weil wir jetzt einfach auch diese Möglichkeiten haben. Martin, du sagst ja, dass dieser Feminismus eine natürliche Bewegung ist. Ist es denn aber tatsächlich so, dass es natürlich war, dass die Frauen von den Männern unterdrückt worden sind? Oder ist es auch hier eher wieder auf eine Manipulation zurückzuführen, wenn du ja ursprünglich gesagt hast, dass wir irgendwann auch tatsächlich mal in einem Gleichgewicht waren? Sicherlich. Ich meine, im Endeffekt besteht das ganze Universum oder auch die ganze Welt aus Manipulation. Es wird sich... Wir müssen halt auch ein bisschen differenzieren zwischen, von welcher Ebene sprechen wir jetzt? Reden wir jetzt rein von 3D-Ebene, gesellschaftlicher Natur, oder reden wir schon von psychologischer Natur, oder geht es noch weiter in Entwicklungszyklen? Also Veränderungszyklen, die einfach im Laufe der Geschichte immer wieder neue Formen annehmen musste, weil das ist Veränderung, das ist Entwicklung. Und dann kann man auch in den spirituellen Kontext gehen, natürlich betrachten, okay, was will überhaupt das kosmische Leben oder das universelle Bewusstsein durch uns Menschen alles für Erfahrungen machen und in welche Bereiche uns auch dahingehend manipulieren? Zuerst mal einfach nur als spirituelles Feld, was dann irgendwann von bestimmten Menschen aufgenommen wird und umgesetzt wird oder von ganzen Bevölkerungsgruppen, von Kult im kulturellen Kontext. Also das ist natürlich sehr komplex, auch hier wieder, was alles zusammenspielt. Und genauso wie im Patriarchat, der Mann versucht hat, die Frau zu unterdrücken, ich sage jetzt mal versucht, weil letztlich geht es ja gar nicht, weil das Weibliche lässt sich nicht unterdrücken, genauso wenig wie das Männliche sich dauerhaft unterdrücken lässt. Es wird sich immer irgendwann befreien wollen. Genauso gab es ein Matriarchat, also auch eine Phase in unserer Historie, wo das Weibliche über dem Männlichen stand und auch eben Gesellschaftsformen, Kulturen da waren, wo die Frau das Sagen hatte und der Mann sozusagen auch mehr oder weniger nur Mittel zum Zweck war. Da gibt es ganz viele verschiedene Auswüchse und Spielarten im Laufe der Geschichte, auch wenn viele Kulturen oder viele Überlieferungen heute einfach nicht mehr existieren oder nicht überliefert werden in den Geschichtsbüchern, weil unsere Geschichtsschreibung halt sehr zensuriert ist. Und man hier einfach ein Bild aufrechterhält im heutigen Kollektiv, was unsere offizielle Geschichte betrifft, was dann wieder mit einer bestimmten Absicht begrenzt wurde, beschnitten wurde, so dass der Mensch halt auch hier wieder, wenn ich zurückgehe auf das Zitat von Rockefeller, einfach um eine Bevölkerung, eine Menschheit geht, die leicht handelbar ist, die halt im Wissen begrenzt ist und reduziert wird auf eine dreidimensionale Ausrichtung, dass wir halt eben nur materielle Wesen sind, die halt von nirgendwo her kommen, zufällig entstanden sind, zufällig als Nebenprodukt, uns bewusst sind, dass wir Zufälle sind und Fleisch klumpen und wenn wir dann wieder sterben, vergehen wir wieder im Nichts und das war's. Naja, also hier gibt es, dahinter ist halt eine riesen Agenda auch. Wie kann man eine Menschheit dahingehend manipulieren, dass sie halt bequem handelbar ist und in die Richtung steuert, als Lemminge oder als Schafe, wie diese Elite oder diese Eliten, es sind ja mehrere, es gibt ja verschiedene Gruppierungen, die um die Weltherrschaft buhlen und sich immer wieder zum Teil abwechseln und eben wie das nicht können. Die meisten Menschen, die finden sich, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, immer noch in der 3D-Ebene, weil sie sich mit dieser ganzen Spiritualität noch nicht auseinandergesetzt haben, sich vielleicht auch nicht trauen, ein Stück weit vielleicht auch Angst davor haben. Wenn wir jetzt mal auf dieser 3D-Ebene bleiben, wie können denn Frauen heute eigentlich wieder ihre wahre Göttlichkeit erkennen und vor allen Dingen auch leben in einer Welt voller Feminnungsnoten? Das ist natürlich eine gute Frage, die du einem Mann stellst. Ja, also ich bin jetzt da nicht wirklich Spezialist, aber es geht auf jeden Fall primär mal darum, die Weiblichkeit neu zu definieren. Was ist überhaupt Weiblichkeit? Was sind weibliche Attribute? Was sind die weiblichen Qualitäten? Wie definiert jede Frau für sich selber? Was ist jetzt Frau sein? Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Jetzt nicht nur im Kontext mit der Rolle in unserer Gesellschaft, weil natürlich die Rolle der Gesellschaft ist immer ein Stück weit beschnitten, wie es halt die Gesellschaft gerne möchte, dass du dann wie ein Zahnrädchen in diesem Kontext so sauber und harmonisch wie möglich funktionierst. Aber das hat ja nichts mit dem zu tun, wie eine Frau sich selber definiert in ihrer Weiblichkeit und identifiziert. Und was betrachtet eine Frau? Das ist natürlich unterschiedlich, aber das betrifft genauso uns Männer. Eben, was ist Mann sein? Was ist Frau sein? Was sind diese Qualitäten? Was wird uns vorgezeigt von außen als Archetypen? Was können wir da überhaupt für Archetypen finden, die uns dann mitunter inspirieren? Also alte Göttinnenbilder oder Göttinnenikonen oder Mutter Maria, die heiligen Frauen oder aber auch eben Männer. Ich möchte das jetzt gar nicht so sehr reduzieren. Dieses Thema betrifft uns beide, also beide Geschlechter. Also hier gibt es halt ganz viel Ratlosigkeit zum Teil auch oder Felddefinitionen, eben was eigentlich Weiblichkeit ist, was das Urweibliche bedeutet, was ist der weibliche Archetyp und genauso das Männliche. Und wenn wir dann vorfinden in unserer heutigen aufgeklärten Gesellschaft, wo eben Feminismus und die Frauenrechte und Frauenquote fest mittlerweile Programm sind im gesellschaftlichen Kontext, dass wir da halt einfach auch ganz viele Fremdbilder und künstlich erzeugte Bilder vorgesetzt bekommen. Und das ist natürlich die Frage, stimmt das? Weil letztlich spielt das gar keine Rolle, was uns vorgesetzt wird. Also alles, was von außen kommt, ist wie ein Buffet. Genauso wie wenn wir am Buffet stehen und halt so rumschauen und schauen, okay, was spricht mich an? Nach was gelüstert es mich? Was finde ich jetzt gut? Aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt eine emotionelle Entscheidung ist oder eine gesundheitlich-rationelle Entscheidung, was tut mir gut, was ist gesund oder so weiter oder was schmeckt mir halt oder was habe ich Lust? Genauso ist es mit dem Buffet all dieser Bilder, die wir halt vorgesetzt bekommen. Und man stellt halt fest, oder wir können halt feststellen, dass durch die Filmindustrie und durch die Musikindustrie und durch die Medien überhaupt natürlich auch an der Schraube dieser Fraubilder und Mannbilder gedreht wird. Das heißt, es werden uns dann auch immer mehr neuere Bilder vorgesetzt oder zum Teil auch alte Heldenbilder vorgesetzt, Heldinnen wie Helden, aus den Mythologien, ob das jetzt griechisch angelehnt an griechische Götter oder römische Götter oder was auch immer ist, und die dann uns so in Filmen oder Videos als Popstars oder als Filmstars präsentiert werden oder natürlich auch als Sportstars, das ist ja auch etwas sehr Beliebtes, also diese Mann-Frau-Bilder auch im Sportbereich uns vorzusetzen für diejenigen, die eben eine Affinität zum Körperlichen mehr haben, zum Sportlichen und das bewundern oder hier in Resonanz gehen. Also wir müssen hier einfach sehen können, es ist mittlerweile ein Riesen-Buffet geworden und da kann ich einfach nur sagen, da muss jeder selber für sich entscheiden, wo er sich bedient und natürlich so bewusst wie möglich auch darauf achtet, warum fühle ich mich zu diesem oder jenem Frau-wie-Mann-Bild hingezogen oder warum finde ich jetzt diese Vorstellung, ich meine, ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung reden, jetzt nicht von Frau-Bildern, sondern von Mann-Bildern, dass ich als Junge halt, weil mein Vater auch viel gearbeitet hat, er war ein sehr herzlicher Mensch, er war ein sehr sozialer Mensch, er war Lehrer, hat aber noch einen Nebenjob gehabt zusätzlich, um das Geld zu verdienen für uns als Familie, um diesen Standort halt zu ermöglichen, da war er halt nicht sehr präsent und da habe ich eine Zeit gehabt als Junge, wo ich halt sehr stark auf die Archetypen in der damals sehr aufkommenden Superhelden eben aus den Comics halt, wie Superman, Batman, Spider-Man und all die Geschichten und das waren für mich so halt viel auch so ein Stück weit Mann-Bilder, die mir in meiner damaligen Hypersensibilität ein Stück weit eine Kraftverbindung gegeben haben, also diese Vorstellung, Superman zu sein, weil Superman ist ja auch spannend, einerseits ist er Superman, unbesiegbar oder fast unbesiegbar und als sein Alias, als Menschliches, das er klar kennt, also eine absolute Lusche und also auch diese Polarität, die hier dargestellt wird, die Achillessehne mit dem Kryptonit halt jetzt zum Beispiel bei Superman, also das sind schon spannende Identifikationen und die haben mir als Junge halt ein Stück weit auch so ein bisschen einen Hinweis gegeben und heutzutage sind es natürlich eben, wir haben ja massig Kinofilme mit Helden oder mit Heldinnen und wir müssen uns einfach selber drauf achten, so bewusst wie möglich und besinnen, was tut uns gut, was dient uns, was ist nützlich für uns, was ist heilsam für uns, mit welchem Fraubild wir uns dann halt verbinden und da haben wir halt heutzutage eine riesen Auswahl und natürlich gibt es auch ein Stück weit mit einer Agenda, die bestimmte Bilder bevorzugt, den Frauen einzureden versucht, hey, so musst du sein als Frau, dieses Bild hat halt viel damit zu tun, unabhängig sein, nicht mehr eben abhängig von Männern zu sein, deinen eigenen Job, deine eigene Karriere zu leben, Kinder, wenn, dann erst sehr spät zu haben, also lebe zuerst mal, lebe dich aus, lebe deinen Egoismus, stehe deinen Mann als Frau oder stehe deine Frau als Mann oder wie auch immer, du hast sämtliche Freiheiten, du bist gleichberechtigt. Also wir haben da auch so eine Verpackung zwischen wahren Aspekten, die eben, wie ich gesagt habe, natürliche Bewegungen sind, wo einfach die Frau sich jetzt auch wieder in eine ganz andere Position begibt, innerlich, für sich selber, aber auch natürlich äußerlich in der Gesellschaft, in ihrer Position und Aufgabe und ihrer Wertigkeit und auch bei den Männern natürlich dahingehend viel getriggert wird. Also auch bei den Männern hat sich sehr viel verschoben und ich meine, da spricht ja auch im Intro, dass die Männer eigentlich heutzutage hauptsächlich von Frauen erzogen werden. Es gibt ja auch viele alleinerziehende Mütter, die ihre Söhne natürlich nach ihrem Mannbild auch ein Stück weit erziehen und formen möchten. Du hast es gerade angesprochen, dass du dir selber ja auch den Superman quasi als Vorbild genommen hast und dass dein Papa eben auch sehr viel unterwegs war, weil er auch sehr vielen Menschen gerne geholfen hat. Du aber das sozusagen nicht mehr wirklich so vor dir gesehen hast, weil er ja immer weg war. Und das ist ja auch so das Phänomen, nachdem die Männer eben, nachdem alles industrialisiert wurde und die Männer eben in die Fabriken gezogen worden sind, dann hat eben der Sohn oder auch die Tochter oder im besten Falle der Sohn eben nicht mehr gesehen, wie der Vater den Tisch oder den Stuhl wirklich selber mit seinen Händen erschaffen hat, sondern er hat nur noch gehört, wie er das tut, weil der Vater war ja dann in der Fabrik und hat das dort gemacht. Ja, aber es sind nicht, ja, ja, es sind aber nicht nur die Fabriken, es sind auch die Kriege, das ist auch ganz was Wichtiges. Also, ja, ja, aber das sind Riesenfelder-Themen, die im kollektiven Bewusstsein noch da sind. Die Verarbeitung der ganzen Kriegsgeschichten, der verlorenen Männerväter, der traumatisierten Männerväter, die zurückgekommen sind und, und, und. Also, natürlich, das stimmt, einerseits die Arbeitswelt, die einfach die Väter rausgezogen hat aus der Familie oder aus der Präsenz. Das ist das eine. Und das andere eben aber auch die ganzen Kriegslasten und Traumas, die noch da sind, die in unserem Kollektiv auch immer noch vorhanden sind, auch wenn wir jetzt seit, scheinbar seit 75 Jahren Frieden haben, aber es ist ja nicht wirklich Frieden und diese Traumen gehen ja weiter und wir sind ja auch ein Kollektiv. Also, wenn man das Feld der Erde betrachtet, es gibt ja noch genügend Kriege heutzutage. Also, wir haben nicht seit 75 Jahren Frieden, sondern wir haben einfach nicht mehr diese vordergründige Weltkriege, aber Kriege überall und überall finden Traumata statt und das betrifft auch immer mehr, dass die Zivilbevölkerung in solchen Kriegen und auch immer mehr die Frauen. Das ist richtig. Wir, wie gesagt, wir sind im Kollektiv momentan sehr orientierungslos. Also, was heißt einerseits orientierungslos, weil einfach ein Defizit da ist, weil ganz viele Verzehrungen letztlich entstanden sind, sehr viel Schmerz, sehr viel eben künstliche Bilder, die uns aufoktriert wurden. Und gleichzeitig leben wir in einer welttransformierenden Phase, wo jetzt einfach auch Jahrtausende unserer Geschichte ausgeglichen werden wollen, Themen transformiert werden wollen, Wunden geheilt werden möchten, im kollektiven Kontext. Und das sind riesige Umbrüche, die momentan einfach stattfinden. Und dieser Druck kommt auch aus uns selber heraus. Also, nicht nur aus der Frauenbewegung, wenn man jetzt sagt, okay, das Weibliche, wenn wir das als Kollektiv betrachten, als menschliches Kollektiv, unterbewusstes Feld, als archetypisches Feld, morphisches Feld oder als kollektives Unterbewusstsein nach C.G. Jung, wie auch immer, dieser weibliche Archetyp, der ist ja in jeder Frau drin, aber auch in uns Männern. Wie gesagt, auch wir Männer haben es. Auch wenn wir mehr im Vordergrund das Männliche verkörpern aufgrund unseres physischen Geschlechts. Aber das sind ganz viele Kräfte, die jetzt einfach zusammenkommen. Und es gibt hier keine Wahrheit, es gibt hier keine absolute Lösung, sondern primär kann ich den Zuschauern nur sagen, ihr müsst zuerst mal für euch selber klar werden. Wer bin ich überhaupt in meiner Programmierung als Frau oder als Mann? Was davon ist gesund? Dient mir als Lebewesen, als Mensch, jetzt mal geschlechterneutral, hier in dieser Welt zu sein? Und wie viel davon behindert mich oder ist sogar ungesund und schädigt meine Kraft oder unterwandert meine Kraft, meine Wertschätzung, meine Liebe, meine Befähigung, mein Bewusstsein? Also das immer auch in diesem übergeordneten Kontext zu sehen. Und inwieweit natürlich auch zu überprüfen, inwieweit habe ich noch Kämpfe in mir drin und Verurteilungskonflikte im Geschlechterspiel? Weil um das geht es natürlich auch, weil viele Kämpfe zwischen Mann und Frau, das sind nicht nur eben jetzt einfach natürliche Kämpfe, sondern wurden natürlich auch durch die ganzen künstlichen Felder und durch die ganzen künstlichen induzierten Entwicklungsphasen natürlich auch hier generiert. Und sind gar nicht natürlich. Also es gibt für mich, in dem Kontext ist das Weibliche und das Männliche in einer kohärenten, synergetischen Vereinigung der Polarität, wo die beiden Kräfte miteinander tanzen, sowohl in uns selber als auch im Außen. Ich meine, das Außen ist ja nur ein Ausdruck unseres eigenen inneren Zustandes. Und eben nicht eine Dualität, die sagt entweder oder und wir müssen uns bekämpfen oder wir müssen für unser Recht kämpfen und so weiter. Das ist dann immer noch die Ego-Struktur auch der Manipulation, weil solange diese Kämpfe stattfinden, kann ja eben keine Gesundung, keine Heilung stattfinden und diese positive Vereinigung zwischen dem Männlichen und Weiblichen, zwischen diesen polaren Archetypen, gebiert natürlich ganz viel Kraft und Möglichkeiten und Heilung und lässt sich auch nicht so einfach, ich sage jetzt mal, von negativen, egoistischen oder psychopathischen Agenten manipulieren, sondern ist auch sehr stark in sich und kann nicht so einfach für irgendwelche Fremdzwecke benutzt werden. Wie es eben heutzutage geschieht, durch die Gender-Agenda, Transgender-Geschichten oder eben auch Feminismus oder Frauenquote und all die Dinge. Natürlich finden wir in allem positive Aspekte und Wahrheiten, wo wir sagen können, doch, das ist doch gut, dass den Frauen mehr Platz gegeben wird, mehr Recht, mehr Wert, ob das jetzt der Verdienst betrifft, ob das jetzt die Frauenquote selber betrifft, ob das die Gleichheitschancen betrifft, die Wertschätzung, die Anerkennung, dass Frauen halt genauso fähig sind, wie Männer in unterschiedlichsten Berufen, auch wenn diese Berufe vielleicht klassisch gesehen männlich sind und trotzdem können das auch Frauen halt sehr gut. Aber das Ganze wieder in ein Schema zu pressen und so mit Absichten gegen bestehende Strukturen oder gegen die Männer dann zu argumentieren und dann da wirklich wieder ein Geschlechterkampf draus zu machen, das ist halt wirklich noch 3D-Bewusstsein und Egoismus und getrenntes Verhalten, was einfach ungesund ist. Aber wie gesagt, wir haben die Freiheit und jeder hat die Freiheit, das zu wählen, wenn er es dann möchte oder sie das möchte. Aber wir können mittlerweile auch gesündere Wege beschreiten. Kannst du uns ein Beispiel für einen gesünderen Weg geben? Zuerst mal in sich selber die Geschlechtlichkeit zu heilen. Wenn wir das betrachten, entwicklungsmäßig, psychologisch, jetzt in meiner Person, bekomme ich das Mann- und das Fraubild von meinen Eltern zuerst mal übergeben. Und als Kinder nehmen wir das zuerst mal an. Aha, so wie Mama ist, so sind die Frauen, so wie Papa ist, so sind die Männer, so wie die Beziehung leben, so ist es, wie man Beziehung lebt. Und wir sind da in dieser Prägefase. Ich meine, das beginnt schon bei der Erzeugung, geht durch die Schwangerschaft, durch Geburt und dann die ersten Lebensjahre. Das ist diese Zeitphase, wo wir uns überhaupt nicht abgrenzen, wo wir uns auch nicht differenzieren zwischen Ich und Du, sondern wir nehmen das einfach mal auf uns und gerade natürlich unsere Eltern, also unsere Götter, haben da ganz viel Prägeeinfluss, wie wir dann später ticken. Also wie wir das aufnehmen und zu unserem eigenen psychologischen Verhalten machen. Und da einfach auch zuerst mal zu erkennen, hey, jetzt als Erwachsener, egal in welchem Alter, ob jetzt 20 bin oder noch in der Pubertät mit 14, 15 oder später dann mit 45 oder mit 60, einfach für mich bewusst zu werden, wie viel von dem, was mir meine Eltern vorgelebt haben, lebe ich eigentlich noch. Bin ich selber. Also ich verhalte mich wie mein Papa oder natürlich kann es auch sein, wenn ich meinen Papa verurteile, dass ich genau das Gegenteil lebe. Das heißt, dass ich bemüht bin, bloß nicht wie mein Vater zu sein oder bloß nicht wie meine Mutter zu sein. Und ich bin also trotzdem gebunden in dieser Prägung, dieser frühkindlichen Prägung. Und wenn ich mir dessen bewusst werde und dann kann ich mir überhaupt zuerst mal auch die Frage stellen, will ich das überhaupt weiterhin? Ist es wirklich das, was mich erfüllt? Ist es das, was ich leben will? Also sprich eine Kopie meines Vaters als Mann oder genau das Gegenteil? Oder ich meine, das geht dann weiter. Das sind jetzt mal die ersten zwei. Danach haben wir natürlich noch weitere prägende Personen oder Bilder, ob das jetzt Lehrer sind, das kann auch ein Onkel sein, das können die Eltern von Freunden sein. Wem auch immer ich den Stellenwert gegeben habe, mich zu prägen in seinem So-Sein, in der elterlichen oder in der Geschlechterrolle, das habe ich dann aufgenommen. Und eben das kann auch aus Filmen sein, aus Comicsheften, aus Büchern. Da ist ja eben die Vielzahl der Quellen von männlichen oder weiblichen Vorschlägen oder Angeboten, wie wir sein könnten. In diesen Rollen natürlich jetzt mittlerweile gigantisch. Musik-Videos sind sehr prägend heutzutage für die Jugendlichen, eben Serien, Filme. Da kommen eigentlich jetzt ganz starke Einflüsse in die Kinder oder in die Jugendlichen rein und auch in die Jungerwachsenen. Das läuft ja schon länger, schon seit ein paar Jahrzehnten, über diese mediale Berieselung, wo man auch gezielt eben archetypische Bilder vermittelt. Also sich zuerst mal bewusst zu werden, woher habe ich überhaupt meine Frau Bild als Frau, woher habe ich mein Mann Bild als Mann. Auch meine Beziehungsfähigkeit mal anzuschauen. Aha, kann es sein, dass ich vielleicht die Beziehungsfähigkeit meiner Eltern lebe? Oder genau das Gegenteil. Ich habe das verurteilt, eben wie meine Eltern waren und miteinander Beziehungen gelebt haben. Aber eben, ich gehe immer noch auf Grundlage dieses Vorbildes und versuche dann auch, das Gegenteil ist gebunden an diese Vorgabe. Und dann einfach mal mir auch klar zu machen, ich habe die Wahl, ich habe die Freiheit und die Wahl natürlich, meine Identifikation zu verändern. Meine Aspekte und auch die Definierung überhaupt mal. Was ist für mich Mann sein? Was ist für mich Frau sein? Und dann auch darüber hinaus natürlich dann, wenn ich das für mich mal so ein bisschen angeschaut habe und für mich ein klares Bild bekommen habe, ja, ich als Mann möchte gern so sein, mit meinen männlichen Qualitäten, aber auch mit meinen weiblichen Qualitäten, weil es ist ja auch wichtig, wir sind ja nicht mehr in dieser Zeit, wo man das Mann unbedingt alles Weibliche verleugnen musste und wegschieben musste. Also Indianer kennen keinen Schmerz, der Mann darf nicht weinen, der Mann ist immer hart, der Mann ist immer bereit, der Mann ist immer potent, der Mann kann alles schaffen und so weiter. Also in diesen alten Bildern, wo man den Mann ja da, auch künstlich erhöht hat oder die Zeiten sind vorbei. Das heißt, auch wir Männer müssen quasi aufgrund der jetzigen Evolution unsere weiblichen Aspekte integrieren, uns anschauen. Was ja auch, ich sage es mal, ein Stück weit der Hinweis ist, durch die ganze Schwulenbewegung, wo ja sehr viele Männer sich zu ihrer Weiblichkeit bekennen und auch letztlich eben Transgender, also Operationsgänge, wo einfach, ich nenne es jetzt mal Seelen, für sich sagen, in diesem Körper bin ich im falschen Geschlecht, dieser Körper hat das falsche Geschlecht, ich fühle mich als Frau und habe einen männlichen Körper und möchte gerne einen weiblichen Körper, was er geht. Also diese Freiheiten haben wir alle heutzutage, genauso die Frauen haben heutzutage viele Freiheiten, wobei hier, da gebe ich, ich sage jetzt mal, ein Stück weit dem Feminismus recht, es geht um Gleichwertigkeit, Gleichwertigkeit in jeglicher Hinsicht, also dass es keine Unterscheidung gibt, zumindest Rechts wegen, im praktischen Umgang miteinander oder auch was jetzt Lohnniveaus oder Rechte betrifft, dass hier eben nicht unterschieden werden sollte zwischen weiblich und männlich, ist einfach so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sind natürlich, die Frauen sollten sich auch mehr einfach ihrem Wert bewusst sein in ihrer Weiblichkeit, also für mich ist es so, dass die Frauen rein, im kosmologischen Kontext, dem man vorgestellt sind, eben wie ich gesagt habe, in dieser Schöpfungsgeschichte, dass zuerst die Urmutter da war und erst dann der Urvater kam und das auch seine Richtigkeit hat, ohne jetzt zu sagen, die Frauen sind doch vorher gewesen oder sind Erste und ihr Männer seid nur Zweite, weil dann wären wir ja schon wieder in der Konkurrenz und da wären wir ja schon wieder in der Verurteilung oder Beurteilung, wo dann Machtkämpfe entstehen und Ego-Kämpfe, das meine ich nicht, sondern einfach auch die Berücksichtigung, dass die Frauen das Leben gebären können. Das heißt, ihr habt ein heiliges, alchemisches Organ, die Gebärmutter und das ist ganz was Wichtiges und ich glaube, die vielen Frauen sind sich dessen gar nicht bewusst, was für ein spirituelles Organ sie in sich tragen, weil es wirklich eine alchemische Struktur besitzt. Hier kann das Leben reifen, hier kann das Leben aufwachsen, um dann letztlich wirklich für die dritte Dimension bereit zu sein. Und wir Männer haben das nicht und werden das auch nicht können, weil wir können zwar zeugen, das braucht es auch, ich sage nicht, die Männer braucht es nicht dafür, aber hier ist ein ganz klarer Vorsprung des Weiblichen, weil ohne Frauen gäbe es keine Kinder. Natürlich kann man künstlich befruchten, also es braucht die Männer nicht, es braucht nur das Sperma von uns Männern. Das kann man gegebenenfalls irgendwann auch künstlich herstellen und mittlerweile wird das eh so kommen, also wenn die Agenda so weiterläuft, dass die Unfruchtbarkeit zunehmen wird, weil einfach durch die heutige, durch Impfungen, durch Chemikalien und vor allem durch die ganze elektromagnetische Bestrahlung auch 4G, 5G vor allem ist ein Riesenthema, die Menschen unfruchtbar macht. Das heißt, wenn das so weitergeht, dann werden auch die Kinder, werden auch die Frauen gar nicht mehr benötigt, um Kinder zu kriegen. Letztlich kommt dann alles aus der Rotorte. Ob dann einfach geklonte Kinder oder künstlich erzeugte Kinder dann doch noch eingepflanzt werden, denn Frauen in ihre Gebärmutter, dass sie es wenigstens austragen dürfen oder nicht. Ich meine, da hat man auch wieder verschiedene Szenarien. Aber grundsätzlich, einfach nochmal zurückzukommen, das Weibliche und auch unsere Erde, für mich ist die Erde Mutter Erde, ein Mutterplanet, sehr weiblich und ist ein Ausdruck für mich von der Urmutter. Ein Quellplanet, der ganz viel oder unglaubliche Reichtum ermöglicht an Lebendigkeit, an Leben und Formen und die hier eben bestehen und auch am Leben erhalten werden können und dass die eigentliche Qualität eben sehr urweiblich ist von Mutter Erde und dass das Männliche nicht so in dieser Form als Planet präsent ist. Untertitelung des ZDF, Martin, ist es denn dann aber nicht eigentlich unsere Kernaufgabe eines jeden Einzelnen wieder zur Natürlichkeit zurückzugelangen? Weil wo soll das denn noch hinführen, wenn wir jetzt das, was du gerade beschrieben hast und das gibt es ja einfach schon, es gibt ja auch schon künstliche Gebärmütter und man braucht den Damen, des Mannes nicht mehr, weil man es alles künstlich herstellen kann. Aber künstlich ist doch nicht das, was wir wollen, weil wir selber doch natürlich sind. Das, was wir gerade machen, klingt so, als machen wir uns freiwillig zu Robotern. Das kann man ein Stück weit so sehen. Also Transhumanismus ist halt auch ein Riesenthema für gewisse elitäre Gruppierungen und die Steuerung dann durch die künstliche Intelligenz und Cyborgs zu erschaffen oder eben Borgs, wie wir es kennen, wie wir es kennen aus der Serie Raumschiff Enterprise. Das ist halt, das ist, weißt du, wir haben die Freiheit. Wir haben wirklich die Freiheit, mit allem zu experimentieren und unser Geist ist halt sehr kreativ und sehr experimentier- und abenteuerfreudig. Das heißt, auch wenn wir jetzt tatsächlich in diesem Kontext eine künstliche Menschheit erschaffen, die Natürlichkeit wird ja eh die Grundlage sein. Die Natürlichkeit von uns Menschen ist immer die Grundlage. Wir können sie noch so sehr über technische Möglichkeiten verkünsteln, aber die Basis bleibt natürlich und der Kern bleibt natürlich, auch wenn da ganz viel Technik dann reingepackt oder drumherum gebaut wird und sogar eben unser Bewusstsein dann über künstliche Intelligenz und den entsprechenden Hardware-Schnittstellen getriggert werden kann und trotzdem ist es ursprünglich natürlich. Aber ich gebe dir recht, ich bin selber auch ein Vertreter des Natürlichen, dass wir das Natürliche hochhalten als Priorität und wenn das Künstliche dann einfach nur als Werkzeuge verwenden und uns eben dem Künstlichen nicht unterwerfen und letztlich vom Künstlichen, also sprich von den Werkzeugen, beherrscht werden. Und da die Zeitlinie sehe ich auch, also diese Möglichkeit, dass das passieren kann, dass die Menschheit hier wirklich in eine Welt geführt wird à la Matrix oder Schöne neue Welt oder Big Brother oder wie immer, da gibt es genügend Filme auch, die uns ja diese Konzepte bereits anbieten und wir damit spielen können. Aber was letztlich das Leben, nochmal, es gibt eine Ebene des Lebens, da sind wir einfach nur Mittel zum Zweck, da sind wir die Schachfiguren auf dem Schachbrett. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir als individuelle Menschen und sogar als Seelen nur begrenzt frei sind. Das heißt, es gibt schon auch Intelligenzebenen oberhalb von uns, die das Recht haben, mit uns ihre Schöpfungspläne durchzuführen. Können Sie das näher beschreiben? Schwierig. Also ich kann zum Beispiel schon mal sagen, dass die Entwicklung der Erde selbst auch eine eigene Agenda ist, die Erde als Lebewesen oder auch die ganzen, ich sage jetzt einmal, geistigen Pläne für das Experiment Menschheit und für die ganzen Kulturen und für die ganzen Möglichkeiten, was in uns als Menschheit existiert, was alles für globale Realitäten oder sogar intergalaktische Realitäten manifiziert werden können über unsere Zivilisation als Menschheit. Dass da dahinter eben geistige Ebenen oder Intelligenzen sind, die hier auch eben ihre eigenen Experimente fahren und ob wir jetzt damit einverstanden sind oder nicht, das heißt, ob wir jetzt, wenn jetzt, wenn es im kosmologischen Sinne, das geht ja dann auch in den solaren Bereich, es gibt auch ein solaren Logos, also ein Sonnenbewusstsein, was sozusagen alle Planeten innerhalb des Sonnensystems regieren, dem übergeordneten ist und dann gibt es eine stellare Ebene und es gibt eine galaktische Ebene, also es gibt hier wirklich Bereiche von Intelligenz und von Leben, die uns natürlich so weit weg sich von unserem menschlichen Dasein befinden, dass wir uns davon gar keine Vorstellung machen können. Wir haben ja schon Mühe, uns vorzustellen, wie ist es, ein Berg zu sein oder ein Baum zu sein oder eben ein Planet Erde zu sein. Also, ja. Und dementsprechend sind wir natürlich schon auch in übergeordneten Evolutionsplänen eingefügt und wenn die halt sagen, dass auf einer bestimmten Erde eine künstliche Matrix installiert werden soll, sprich eine Gesellschaft, die so verkünstlich ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr aus ihrem natürlichen Sein heraus lebt, das bildet zwar den Rohstoff, die Grundlage, aber alles andere wird über künstliche Strukturen vom Mensch selber erschaffenen Wesen, die dann über eine künstliche Intelligenz verfügen, die sich dann selber programmieren und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten erschaffen, dann wird das so passieren. Aber ich bin auch ein Vertreter, der hat jetzt mit dem Thema ganz wenig zu tun, von parallelen Universen und von vielschichtigen Realitäten von Erden und von der Möglichkeit, dass wir als Menschen oder als Schöpfer, als individuelle Schöpfer oder Mitschöpfer eben auch wählen können, in welcher Zeitlinie wir uns befinden und in welche Richtung wir uns bewegen, es also abhängig davon ist, was wir halt erschaffen, wie wir uns ausrichten auf unsere Überzeugungen, unsere Wahrheiten, unser Lebensmosaik, was wir bauen, unsere gedanklichen Qualitäten, unsere Gefühlsqualitäten, unsere Wortqualitäten, unsere Handlungsqualitäten. All diese Dinge basieren auf Entscheidungen und wir sind in dieser Hinsicht zwar einerseits geprägt durch unsere Eltern, durch unsere Ahnen, durch die Gesellschaft, durch all die Bilder, die auf uns einströmen, als Mann, als Frau, als Ehepaar, als Familie, als Mitglied in einer Gemeinde und so weiter, weil das kann man dann wirklich so wie diese Matroschka-Puppen immer weiter oder wie eine Zwiebel immer auf größere kollektive Ebenen ausdehnen, aber letztlich haben wir trotzdem die Wahl, ob wir das wollen oder nicht. Also es steht uns frei, das Mannbild zu erschaffen und das Fraubild zu erschaffen, was aus unserem Herzen kommt, was auf Liebe basiert, was sich als etwas anfühlt, was uns Freude schenkt, wo wir Hoffnung oder ist das ein bisschen blödes Wert, oder wo einfach unsere Energie sofort ansteigen und sagen, ja, das möchte ich doch leben, das würde mich glücklich oder das macht mich glücklich. Wenn ich mich vorstelle, dass ich mich von A, als Mann jetzt zum Beispiel, von A nach B bewege, also mich entwickle und dahingehend eben in eine andere Realität mich hinein entwickle, was eben mehr Lebendigkeit, mehr Liebe, mehr Mitgefühl, mehr Kreativität, mehr Vitalität, mehr Kraft, eine gesunde, ganzheitliche Sexualität, meine Sinnlichkeit, also auch meine Körperlichkeit berücksichtigt und wo ich andere Wesen, ob jetzt männlich oder weiblich, nicht verletze, nicht aus dem Ego heraus Machtspiele mache, ich eben mich nicht verhalte wie ein Psychopath, Soziopath oder Narzisst, sondern wirklich auf einer Ebene, wo gesund ist, wo die Liebe die Grundlage ist, das Gegenseitige sich fördern möchten, dass die Zuneigung, den Dienst auch an dem Anderen und und und, aber das gilt ja für männlich und weiblich genauso. Also diese Wahl haben wir, oder wir können uns eben den Vorgaben, den zahlreichen Vorabgaben, widmen und sagen, ah ja, dieses Frau-Bild gefällt mir ganz gut oder dieses Mann-Bild gefällt mir ganz gut, auch wenn es künstlich induziert ist und wenn es mich gegebenenfalls überhaupt nicht glücklich macht, aber das werde ich ja erst erfahren, wenn ich es ausprobiere. Also ich bin kein Freund von verboten oder zu sagen, das ist alles schlecht oder das zu verurteilen, sondern ich bin eher ein Fan von Bewusstheit. Aber sich selbst in erster Linie mal bewusst wahrzunehmen und kennenzulernen in seiner Prägung, wie bin ich geprägt worden, eben wie ich schon gesagt habe, von meinen Eltern, die wiederum von meinen Großeltern geprägt wurden, die vielleicht auch, oder die auch natürlich von einem Zeitgeist geprägt wurden, wie sind die letzten 100 Jahre, überhaupt gewesen auf unserer Erde. Wie du schon angesprochen hast, die ganze Arbeitsschiene, die Männer wurden zu Arbeitern gemacht und waren dann gar nicht mehr präsent, um in der Familie ihre männliche Vorrolle für ihre Söhne oder auch nicht nur für die Söhne, auch für die Töchter, für die Töchter sind die Väter auch wichtig, für die Jungs noch ein bisschen wichtiger, klar, weil es ja eben da um die Männerzusammengehörigkeit und die männlichen Initiationen geht, die wir ja in unserer Gesellschaft schon längstens nicht mehr haben. Die Initiation heutzutage ist vielleicht ein erster Suff. Also dann, ja, jetzt bist du wirklich, jetzt bist du ein Jungmann, wenn du das erste Mal vielleicht besoffen warst oder das erste Mal alleine mit Jungs irgendwas gemacht hast, unternommen hast oder sowas. Oder beim Fußball irgendwie. Aber es ist, wir lachen jetzt darüber, Martin, aber es ist ja genau, das ist ja heute die Realität und ich finde das ganz traurig, dass beispielsweise Aussagen wirklich von 13-Jährigen kommen und sagen, oh, endlich bin ich 16 und kann mein erstes Bier trinken. Ja, aber wenn das, ja, ja, schon, das stimmt schon, aber das gehört einfach dazu. Es ist ja nichts Schlimmes. Wir sind ja, wir sind ja hier in dieser Welt und in diesem wunderschönen Theater, um Erfahrungen zu machen und auch dem Göttlichen zu helfen, Erfahrungen zu machen und die Schöpfung kennenzulernen und die vielen Spielmöglichkeiten. Du, es gab Kultur, da war es normal, dass ein Zehnjähriger schon Alkohol oder irgendwelche Substanzen zu sich nehmen durfte. Natürlich jetzt nicht zum Allgemeinkonsum, tagtäglich die ganze Zeit, aber auch hier, ich meine, das ist auch wieder, das sind, das, die Dosis des Giftes macht es aus. Das heißt, alles kann Gift wie Heilmittel sein oder eben ein, ich sage es mal, das erste Mal betrunken sein, kann auch eine Initiation tatsächlich sein, über den Spirit des Alkohols Erfahrungen zu machen. Ob jetzt positive oder negative, das ist ja dahingestellt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ich möchte das nicht per se verurteilen, aber nochmal zurück, also sich selber kennenzulernen, wie bin ich überhaupt programmiert, weil wir sind alle programmiert. freiwillig, als Seelen wollte man das so, aber eben, wir sind halt jetzt auch, was unsere Geschlechterrolle betrifft, eben uns einfach klar zu werden, aha, erstens einmal, wie ticke ich überhaupt als Mann? Wo sind meine Potenziale, wo sind meine positiven Eigenschaften, wo sind meine negativen Eigenschaften, also meine Schwächen? Aber auch dann den nächsten Schritt zu wagen und zu sagen, okay, und was macht meine innere Frau, die es ja auch gibt? Wie ticke die eigentlich? Und dann rauszufinden, woher kommen diese Vorgaben überhaupt? Wieso? Ah, meine Eltern, erste Instanz, zweite Instanz, wer möchte, kann dann noch zu den Großeltern gehen. Das reicht erst einmal, um zu betrachten und natürlich auch die Generationsthemen, eben die kulturell aufgrund des Zeitgeistes vorhanden waren. Ja, und dann mal einfach ein Saldo zu machen für sich und zu sagen, okay, und was mache ich jetzt damit? Dient mir das? Bin ich glücklich damit? Unterstützt es meine Befähigung hier als Schöpfer meiner Realität und als Mitschöpfer der globalen Realität meine Ideologien, meine Ethik, meine Wahrheiten tatsächlich leben zu können oder eben nicht? Und dann anzufangen natürlich mich in meinen Identifikationen zu verändern, meine Programmierung des Unterbewusstseins zu verändern, meinen inneren Mann, meine innere Frau kann ich ja verändern. Ich kann es ja, wenn ich es mir bewusst bin und die Verantwortlichkeit dafür auch übernehme, kann ich beginnen, das zu verändern, ob das jetzt in Meditation ist oder in Heilarbeiten oder eben mit Unterstützung von anderen Menschen, die mich da anleiten können oder in Seminaren oder mit Büchern oder Ratgebern oder mit monatomischen Elementen, wie wir es zum Beispiel haben. Also das monatomische Silber ist hervorragend für die Frauen, um ihre Weiblichkeit zu heilen und dahingehend auch zu stärken, wirklich das Weibliche, das wahre Weibliche und das monatomische Eisen zum Beispiel ist hervorragend für Männer, ihre Thematik auch mit Väter und Mannsein und so weiter anzugehen und daran zu arbeiten. Nur jetzt als Beispiel, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach zu wissen auch, hey, ich definiere das. Ich definiere mein Mannsein, mein Frausein und auch meine Beziehungsfähigkeit. Wie gehe ich überhaupt an Beziehungen ran? Die Beziehung zuerst mal aus mir selber heraus. Was für eine Beziehung habe ich zu mir selber? Was für eine Beziehung habe ich zu mir in meinem Mannsein? Was gebe ich mir für einen Stellenwert? Was gebe ich mir überhaupt für Eigenschaften? Wie beurteile ich mich selbst? Und werde natürlich in diesem ganzen Kontext auch feststellen, ah, viele von diesen Urteilen sind gar nicht meine eigenen, sondern sind Fremdurteile, die ich von meinen Eltern übernommen habe oder von irgendwelchen anderen Menschen, was mich geprägt hat. Gerade wenn ich verletzt worden bin, verurteilt worden bin und verletzt worden bin oder auch wenn ich andere verletzt habe, das sind ganz starke emotionelle Pakete, die mich halt entsprechend auch tief prägen und meine Persönlichkeit immer wieder neu formen und die Grundlage auch bilden aus dem Unterbewusstsein und mich da immer wieder triggern. Aber diesen Bewusstseinsweg und diese Selbstreflexion und Erkenntnis und dann im zweiten Schritt die Veränderung, die Heilung, die Transformation, das muss ich einfach tun. Und ich finde da draußen halt überall nur Vorschläge oder Tipps oder Angebote, weil letztlich muss ich es selber definieren. Und dann kommt auch eine andere Ebene dazu, das sind meine eigenen früheren Leben, sprich meine karmischen Rechnungen oder mein Saldo, wenn man das universelle, wenn man es von einem universellen Lebensblick aus betrachten möchte. Das heißt, warum bin ich jetzt vielleicht als Frau in einer Opferhaltung, vielleicht habe ich mal als Frau auch Männer schlecht behandelt oder habe als Mann Frauen schlecht behandelt und missbraucht und habe dann als Seele gewählt, dass ich jetzt eine Inkarnation habe, wo ich dann in der Rolle des weiblichen Opfers bin und von Männern schlecht behandelt werde. Oder, oder, oder. Aber das ist so vielfältig, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Es gibt Milliarden Gründe dafür, warum ich mir diese Eltern gewählt habe und diese Ahnengalerie, um eben in meinem männlichen und weiblichen Sein so geprägt zu werden und auch in meiner Beziehungsfähigkeit. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist aber auch, wie du das eben vorhin auch schon gesagt hast, die Selbstliebe, also sich mit dich selber zu beschäftigen, weil das ist ja auch etwas, was man heutzutage nicht unbedingt als Schulfacher in der Schule lernt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern wir lernen ja eigentlich den ganzen Tag, so muss die perfekte Frau sein, so muss der perfekte Mann sein und versuchen uns dann daran zu orientieren, was dann ganz schnell auch wieder Selbstzweifel hervorruft in dem man sagt, ach Mensch, nun sehe ich ja gar nicht aus oder den Bart habe ich ja gar nicht, weil mir gar kein Bart wächst oder wie auch immer. Also das ist, wir sind so im Außen und auch so in dieser materiellen Welt und gar nicht mehr bei uns selber. Das ist das, was ich eigentlich so erschreckend finde und es auch teilweise sehr schwierig finde, wirklich wieder, also man muss wirklich alles ausmachen, um eben überhaupt nicht mehr diese Fremdbeeinflussung zu haben, um sich wieder auf sich selbst konzentrieren zu können und wirklich mal in sich reinfühlen zu können, was will ich eigentlich? Absolut richtig. Also wir, alles Fremde generiert zuerst mal einen Konflikt und dann ist einfach die Frage, was ist stärker? Der Druck, mich dem Fremden unterwerfen zu müssen, aus welchen Gründen auch immer oder der Selbsterhalt und du sagst, nein, ich bleibe wie ich bin oder ich hole mir einfach nur das raus, was mir wirklich dienlich ist. Das ist ja auch legitim. Also wenn ich es als ein Muss lebe, ich muss diesen Fremdbildern entsprechen, sonst bin ich niemand oder sonst habe ich zumindest Nachteile, dann entstehen immer Konflikte. Wenn ich es einfach nur als Angebotige betrachte und sage, ah doch, das inspiriert mich. Ich finde es toll, wie dieser Mann irgendwas tut oder lebt oder seine Ansicht. Und ich nehme das und versuche oder integriere es so weit möglich und versuche es auch zu leben. Also auch zu meiner Natur werden zu lassen. Ich meine, das muss gekostet werden, gekaut werden. Geschluckt werden, verdaut werden, assimiliert werden und was ich nicht mehr brauche, wird ausgeschieden. Genauso wie bei normaler Nahrungsaufnahme. So geht es auch mit den Dingen. Dann ist es ein natürlicher Prozess und dann kann ich daran wachsen. Dann kriege ich Inspiration. Natürlich auch an Kritik. Ich kann auch natürlich wachsen an Kritik. Das ist ja auch der Grund. Also wenn mich meine Partnerin halt kritisiert für Verhaltensweisen und ich es nicht einfach als Angriff sehe und es auch nicht, ich sage jetzt mal, es kommt natürlich immer davon, wie es kommuniziert wird. Das wissen wir alle. Es ist eine Tonkifäle Musik. Also mit welcher Trägerenergie, mit welcher Emotion, mit welchem Gefühl werden Informationen transportiert. Darauf reagieren wir. Weniger auf die Worte als auf das Gefühl. Wenn wir uns natürlich angegriffen fühlen, dann reagieren wir zuerst mal natürlich mit Abwehr. Das ist ganz normal. Aber wenn wir einfach da eine Offenheit haben und wir auch in solchen Gesprächen, in Partnerschaften eben nicht Anschuldigungen bringen, sondern wie es auch das Konzept der gewaltfreien Kommunikation aufzeigt, eben nicht einfach sagen, du bist, sondern einfach mal sagen, ich fühle mich so oder ich habe Mühe mit dem. Ich spreche einfach über mich, über bestimmte Qualitäten, wie ich damit umgehe, was es mit mir macht. Einfach in Ehrlichkeit, in Aufrichtigkeit, ohne Verurteilung. Und dann ist eine solche Kritik natürlich auch sehr lehrreich. Das heißt aber nicht unbedingt, dass der andere jetzt Recht haben muss, weil es kann sein, dass ich durch mein Verhalten, was gar nicht böse gemeint ist, sondern an und für sich neutral beim Gegenüber, bei meinem Partner natürlich auch Prozesse auslöst, weil ich durch dieses Verhalten bei ihm Knöpfe drücke von alten Programmen, von alten Prägungen, die halt noch nicht rund sind, die noch nicht ganz sind. Und Beziehungen sind einfach unser größtes Lernfeld. Das ist so. Gerade liebende oder partnerschaftliche Beziehungen, da geht es, wenn die Partner nicht eben sich künstlich arrangiert haben, sondern lebendig sind, da geht es halt ganz schön zur Sache. Da sind halt auch zwei, nicht nur zwei Seelen, sondern zwei Egos, die sich natürlich reiben. Und wenn die Ehrlichkeit da ist, dann ist das eine sehr intensive Selbsterfahrung, so zusammenzuleben, unter einem Dach und viel Zeit miteinander zu verbringen und eben nicht faule Kompromisse zu leben, sondern ehrlich zu sein. Und ja, und wir, das hat natürlich allerhand Brennstoff. Aber von dem her gesehen, noch mal zurückzukommen, wir haben immer die Wahl, auch wenn wir glauben, wir müssen uns irgendeinem Fremdbild, einem Fremdverhalten unterwerfen, ist es letztlich nicht so, sondern wir entscheiden uns dazu, dass wir das müssen. Wir müssen nie, 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 absolut nie. Aber aufgrund natürlich unserer Prägungen oder aufgrund unserer Wünsche und Hoffnungen, wenn ich dann so bin oder wenn ich eben diesen Job will oder wenn ich diese Frau will oder diesen Mann will oder, oder, oder. Also es geht dann sehr viel um Ego-Wollen und um Begierden und ja, auch natürlich um Mängel und Defizite, die wir in uns tragen und nach dem Außen versuchen, dann eben es aufzufüllen. Dann sind wir natürlich total im Clinch, weil wir dann nicht zu uns selber stehen und nicht als uns selber schöpfen, weil wir haben alles in uns, wir brauchen nichts im Außen, letztlich als schöpferische Wesen, aber natürlich als programmierte Ego-Strukturen. Das Ego besteht grundsätzlich aus Mangel, aus Begrenzung und will grundsätzlich immer mehr, 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 aber gleichzeitig trägt es ein schwarzes Loch in sich, solange es nicht eben sich identifiziert oder wieder rückverbindet mit dem Seelenquell, werden wir das Ego nie befriedigen können und immer mehr wollen. Das zeigt sich ja auch in der Gesellschaft. Wir wollen immer schöner werden, wir wollen immer besser werden, wir wollen intelligenter werden, wir wollen älter werden, wir wollen reicher werden, mehr, 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 mehr. Und das sind halt eben diese verrückten Ego-Strukturen, die kein Limit kennen. Es sei denn, das Leben gibt uns das Limit oder unsere Mit-Egos geben uns das Limit. Das ist halt schon wichtig, dass einfach jeder trotzdem nochmal weiß und die Selbstveränderung übernimmt. Ich habe es in der Hand. Ich muss als Frau nicht aussehen wie das Covergirl von Playboy oder auch vom Modemagazin oder von den Filmstars, das heißt ja immer die Schönen und die Reichen. Also dieses Vorgelebte, die Popstars, die wir immer nur in diesem Hochglanz-Zustand sehen, immer gefakt, Hochglanz, künstlich aufgepeppt, da kann keiner bestehen. Da können wir Männer auch nicht bestehen. Da können die Frauen nicht bestehen. Und das wird ja natürlich, das gehört alles wieder zu dieser Agenda der Formung, der Social Engineering, wie das genannt wird. Also das Erschaffen von Gesellschaftsstrukturen und das Individuum ist eben dem Kollektiv ein Stück weit untertan. Und dadurch, dass wir eben kollektive Gesetzmäßigkeiten und Pläne und Ansichten und Trends formulieren, können wir eben die ganzen Individuen dieses Kollektivs mit manipulieren. Und ich meine, bei der heutigen Bewusstseits- oder Unbewusstheitslage ist das relativ einfach. Und die heutigen Jugendlichen, die sind voll in diesem Trendmanipulation ihres Bewusstseins. Ja, absolut, weil die Vorbilder sind ja auch einfach nicht mehr da. Also, ich meine, die meisten oder viele Kinder werden sich selbst überlassen, indem sie untereinander sich den Dieben Zeitungen und YouTuber oder wie auch immer austauschen mit diesen Vorbildern, die dann eben ganz bestimmt geformt sind, weil ja eben auch Papa oder Vater in der Fabrik oder im Büro oder wie auch immer und Mutter eben auch noch im Büro, also auch nicht mehr zu Hause. Das ist ja, also auch aus diesem System auszubrechen ist ja schon eine Herausforderung an sich. Also selbst, wenn man das für sich erkennt und sagt, ich möchte wieder gerne mehr in meiner Weitigkeit oder eben in meiner Männlichkeit leben und agieren, bin ich ja aber trotzdem immer noch irgendwo ein Stück weit System liegen und ich glaube, bei den meisten kommen dann die Angst ins Spiel, aus diesem auszubrechen. Ja, wobei, wenn man sich schon als System liegen definiert, dann gibst du dir schon selber mal einen falschen Boden. Also es geht halt viel um die Identifikation und ich bin halt jemand, der, ich identifiziere mich zuerst mal als Seele. Also ich bin Gegenwart, als göttliche Seele, als ewiges multidimensionales Wesen, in zweiter Linie dann als Mensch hier auf diesem Planeten Erde, der halt eben vorübergehend eine Rolle spielt und hier in einer natürlichen Simulation existiert, in einer kosmisch universellen Simulation und hier eben meinen Seelenplan manifestiert und spielt und dann erst als Mann und eben das System liegen oder gesellschaftlich, also das ist halt schon etwas, wir müssen uns, natürlich sind wir ein Teil des Kollektives, aber eben welche Position wir uns geben, ist auch wieder stark davon abhängig, welche Position uns von Anfang an gegeben wurde und das beginnt halt schon bei der Zeugung und die neun Monate Schwangerschaft sind halt auch sehr prägend und als Männer kommen wir auch aus einer Frau, wir werden ja nicht von Männern geboren, wir Jungs, wir werden ja von Frauen trotzdem geboren, das heißt wir kommen aus dem Weiblichen. Die neun Monate Schwangerschaft, da sind wir zuerst mal Mutter, Mama, weiblich, da gibt es keine Identifikation, ich bin der Martin und liege jetzt in der Gebärmutter meiner Mutter, sondern ich bin dann Mama, ich erlebe alles aus dieser weiblichen Sicht und erst dann mit der Zeit am Ende der Schwangerschaft oder wenn meine Ausrichtung ein bisschen mehr außerhalb des Mutterleibs schon reicht und ich wahrnehmen kann, ah, da ist noch ein Papa, das nehme ich aber zuerst mal über meine Mama wahr, über die Reaktion und die Erlebnisse meiner Mama, dass da auch ein Papa existiert, im Idealfall, und dann komme ich raus und dann erwartet mich vielleicht auch der Papa und heißt mich willkommen und meine Mama ist da und wenn mir wirklich in einem ganzheitlichen Geburtsvorgang auch die Zeit gegeben wird, dass ich dann bei Mama, Papa sein kann, frisch in dieser Welt angekommen, noch völlig überfordert mit den Sinnesüberflutungen, die ja im Mutterleib ganz anders sind in der Gebärmutter und jetzt plötzlich da sind und wenn auch die Abnabelung noch gewartet wird, das ist auch ein wichtiger Akt, die Geburt wirklich bis die Nabelschnur selber nicht mehr pulsiert, dann abzunabeln, das ist ein natürlicher Übergang in die Eigenständigkeit, in die Selbstständigkeit, wo ich dann wirklich selber atmen muss, wo ich selber mich ernähren muss und so weiter und vorher war ja das alles sozusagen frei verfügbar, ich musste nicht atmen, ich musste mich nicht ernähren, das lief alles über die Nabelschnur ganz automatisch, sozusagen all inclusive, das sind alles so Dinge, wie komme ich überhaupt in den Start und dann natürlich eben diese ganze Prägung, wie habe ich meine Mama, mein Papa überhaupt reifen lassen oder haben sie mich erzogen, das sind auch für mich unterschiedliche Dinge, begleite ich ein Kind in der Entstehung seines eigenen Seins so nach dem in ihm festgelegten Plan und Absicht der Seele, die da geboren wurde und kann ich auch, sehe ich auch meine Kinder als Seelen oder sehe ich es wirklich nur als kleine Kinder, die mir untertan sind und die jetzt das tun müssen, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist und und und. Also auch hier ist natürlich ganz viel Stoff für Konflikte oder auch für positive Begleitung und dann kommt die Schule dazu, ich meine die Schule, zumindest das klassische preußische Schulsystem ist ja nur auf Zucht und Ordnung und Funktion, um Soldaten herzuziehen, weil das ist die Grundlage des preußischen Schulsystems, Soldatenschule, also Befehlsempfänger und Gehorsam und Soldaten, die einfach machen, was ihnen gesagt wird und die nicht selber denken, aber so viel wie möglich von den Fremdinformationen, die man ihnen eintrichtert, behalten können und das als ihre Wahrheit dann auch noch integrieren und assimilieren, um das geht es nicht, darum findet Gott sei Dank so langsam auch eine Veränderung unseres Schulsystems, also das Begleitsystem statt, wenn eben die Kinder aufwachsen, auch wenn die Eltern nicht da sein können und es ist richtig, natürlich kann ich mich als Eltern nicht aus diesem System entziehen, es sei denn, ich habe schon genügend Selbstbewusstheit und Schöpferbewusstsein in mir gebildet, dahingehend, dass ich mich nicht in einen Sklavenjob begeben muss und meine Lebenszeit für irgendein paar Kröten, ein paar bunte Papierschnitzel oder ein paar Zahlen im Computer verheizen muss, sondern dass ich wirklich mir mein Leben selber erschaffen kann, auch dann natürlich, dann sind die meisten selbstständig in ihrer Eigenverantwortung und manifestieren das, was sie für richtig halten oder haben zumindest eine Arbeitsstelle, wo sie auch glücklich sind, aber die Überlegung auch nochmal, wenn die Eltern natürlich ihre Kinder nicht erzielen können, früher gab es dafür die Großeltern, das war eine ganz wichtige Aufgabe, das heißt, die Großeltern in ihrer Reife, das muss man auch unterscheiden, Eltern sind selber noch im Werden begriffen in ihrer Entwicklung und Großeltern haben es schon hinter sich, Großeltern sind in der Regel in einem Lebensalter, wo sie die Welt ganz anders betrachten und interessanterweise gibt es auch ein enges Band zwischen Großeltern und Enkeln, die verstehen sich in der Regel immer besser, wie Eltern und Kinder, nicht nur, weil die Großeltern viel großzügiger sind, gelassener sind und den Enkelkinder viel mehr durchgehen lassen, das muss ja gar nicht sein, das kommt ja wieder auf den Charakter der Großeltern an, sondern einfach diese Verbindung, weil die Großeltern mit einem anderen Blick mit den Enkelkindern umgehen und deshalb war das früher eben dieses Mehrgenerationenhaus ganz wichtig, dass die Großeltern an der Erziehung der Kinder, der Enkelkinder eben beteiligt waren und dadurch auch Ressourcen oder Raum frei wurde für die Eltern, sich um das Tagesgeschäft zu kümmern oder früher war es halt die Existenz, den Hof zu erhalten, die Nahrung herbeizubringen, die zu verarbeiten, das Zuhause aufrecht zu erhalten, was ja auch ein Job ist, also Hausfrau und Mutter ist ja ein gigantischer Job, das ist ja der Wahnsinn, wenn man das in Geld bezahlen müsste, dann wären das eigentlich Managergehälter, wenn man es rein von der Arbeit, von der Verantwortlichkeit und von der Arbeit und vom Aufwand und von den Stunden jeden Tag sozusagen so eins zu eins vergleichen möchte, dann würde jede Mutter und Hausfrau ein Managergehalt kriegen. Also die ganze Struktur ist heutzutage natürlich so, dass die Großeltern auch nicht mehr da sind oder zu wenig da präsent sind und ja, dann was bleibt den Eltern übrig, wenn sie zwei Jobs brauchen, wenn sie es müssen, um existenziell über die Runden zu kommen oder zumindest ein gewisses Niveau halten zu können, ja, dann ist natürlich das Problem, dass die Kinder dann in staatlichen Obhutsanstalten hergezüchtet werden. Was jetzt aber nicht unbedingt schlecht sein muss, auch hier wieder, ist die Frage, weil erstens einmal sind es Menschen, die Lehrer sind, okay? Also ich weiß das halt aus der Erfahrung meines Vaters. Mein Vater hat alles wirklich im menschlichen Kontext getan und nicht im schulischen Kontext und nicht in dem Kontext, wie es von ihm verlangt wurde, sondern er hat sehr viel Grenzen gebogen, um eben immer auf der menschlichen Seite zu bleiben und den Kindern sie als Menschen zu behandeln und ihnen so gut es ihm möglich war, auf menschlicher Ebene neues Wissen beizubringen und nicht auf dieser Trimmung, auf dieser Anstaltsebene, Systemstreuen Ebene von du musst jetzt einfach und so weiter. Schlechte Noten, gute Noten, Belohnung, Bestrafung, dieses Modell. Das ist halt eben sehr prägend auch für die Kinder, weil es auch mit Schmerz verbunden ist natürlich. Wenn ich nicht so, wenn ich nicht funktioniere, wenn ich nicht gehorche, werde ich bestraft. Wenn ich selber bin, wie ich bin, in meiner Wildheit, in meiner Eigenständigkeit, in meinem Eigenwille, in meiner eigenen Ausrichtung, was mich interessiert, werde ich bestraft. Und das ist natürlich eine Gehirnwäscheanstalt, das muss man ganz klar so sehen, so wie die herkömmlichen Schulen funktionieren. Und auch der heutige Druck, das Kind muss ja im Kindergarten schon wissen, was für eine Karriere das machen wird später. Das ist ein völliger Schwachsinn. Also auch hier nur noch ein Leben auszurichten auf seine Position und Aufgabe innerhalb der Gesellschaft, das Zahnrad. Das wird den Eltern verkauft und viele Eltern schlucken es leider, anstatt zu wissen, hey, ich muss mein Kind, das Leben ist viel zu dynamisch, ich muss mein Kind doch jetzt nicht schon auf eine Spur bringen, von der ich überhaupt nicht sagen kann, ob das richtig ist. Und das Leben erfüllt auch nicht Geld, sondern die Befriedigung, das zu leben, was ich bin und mit Liebe und Leidenschaft meine Kreativität und mein Wesen immer mehr erweitern zu können und der Welt zu schenken, das ist das, was uns befriedigt. Da machen ja soziale Jobs oder auch ehrenamtliche Jobs so viel Freude und tun den Menschen so gut, gerade die Menschen, die in ihrem normalen Geldverdien-Job eigentlich stumpfsinniges tun, wo sie keine Sinnhaftigkeit drin erkennen. Also auch hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man mit den Kindern umgehen kann, wie man die Kinder begleiten kann. Es gibt jetzt eben Waldorfschulen, es gibt Montessori-Schulen, es entstehen auch neue Schulkomplexe oder Konzepte weltweit und da ist zum Beispiel auch Homeschooling natürlich auch eine bewährte Geschichte. Also es hat auch gezeigt, dass Homeschooling viel gesünder ist und jetzt gerade im aktuellen Zuge vor Corona, wo jetzt auch wieder gesagt haben, die Kinder müssen unbedingt in die Schule, die brauchen das, die verarmen zu Hause. Ja, sie verarmen zu Hause, wenn man sie in Quarantäne hält und wenn sie in ihrem privaten Umfeld keine Freunde haben oder ihre Freunde nicht sehen können, dann ist es natürlich für die Kinder schlecht, über Wochen oder Monate diesen sozialen Kontakt mit ihren Gleichaltrigen oder mit ihren Freunden und auch Feinden nicht mehr zu haben. Das ist schon klar, aber es ist nicht so, dass die Kinder die Schule wirklich bräuchten, wenn wir es schaffen, als Eltern oder wenn wir es schaffen, auch als Gemeinschaft eine gesunde Vernetzung zu haben, innerhalb einer Community, einer Gemeinschaft, einer Dorfgemeinschaft oder in einem Landskreis oder wie auch immer das organisiert dann ist, dann braucht es keine Schulen und dann kann man wirklich im Freischule-Modell den Kindern selber überlassen, was sie lernen wollen, weil das ist die beste Methode und Möglichkeit. Wir müssen ja auch eine Eiche nicht vorschreiben, wie sie zu wachsen hat, weil ja alles in der Eichel schon vorhanden ist und wenn wir da eingreifen, dann machen wir natürlich unter Umständen den Fehler, dass wir aus dieser Eiche eine Bonsai-Eiche schnippeln und das ist so ein Prinzip, ein Bild, was ich auch bei vielen Kindern einfach erkennen kann. Sie werden zu Bonsai-Menschen hingeschnippelt und zurecht gestutzt, um in dieses Bild, was halt von der Gesellschaft, beispielsweise der elitären Ebene der Gesellschaft von ihnen verlangt wird, um sie dahin zurechtzustutzen und das hat für mich halt ganz wenig mit Leben zu tun und ist natürlich sehr künstlich. Aber auch nochmal, es sind alles Angebote und wir als persönliche Schöpfer sind hier gefordert in unserer Entscheidung, ob wir da mitmachen oder nicht. Ob wir unsere eigenen Schulen gründen, das ist ja möglich, sogar in Deutschland, wo es sauschwierig ist, weil wir haben hier wirklich Schulzwang und bei Gesetz und hohen Strafen bis zum Gefängnis natürlich einen Zwang auf den Eltern und auf den Kindern, dass sie in die Schule müssen und das hat auch wieder seinen Grund, warum das so ist. Und in den meisten Ländern dieser Welt gibt es keinen Schulzwang, nicht mal eine Schulpflicht, sondern ist Homeschooling gang und gäbe, gerade in Ländern, wo es natürlich viel ländliche Gebiete hat, wo die Schulen viel zu weit weg sind und das Einzige, was dann die Möglichkeit besteht, um dann innerhalb dieses Systems trotzdem seinen Master, Bachelor oder einfach seinen Abschluss zu machen, ist einfach, dass man dann an die Prüfungen geht und die werden dann von, in Anführungszeichen, staatlichen Institutionen abgenommen. Aber dieser Weg des freiwilligen Lernens aus dem Kind selber heraus garantiert, dass das Kind auch interessiert ist an dem, was es lernt. Und dann speichert es auch, dann behält es das auch und dann bildet es Kreativität aus, weil es darf und muss nicht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Lebenskonzepte. Ob ich lebe aus dem Darf-Prinzip, ich darf es oder ich muss es. Das sind Welten, wie wir dann ticken, wenn wir es auf der Grundlage des Dürfens oder auf der Grundlage des Müssens leben. Und wenn man eben, man weiß, dass Kinder viel intelligenter sind, wenn man ihnen überlässt, was sie lernen wollen, wie sie es lernen wollen und einfach nur begleitet werden und unterstützt werden in diesem Wachstum, dann können die eben ganz gesunde, große Bäume, sprich Menschen werden, die halt tief verwurzelt sind, auch in der natürlichen Welt, aber auch nach oben, in der künstlichen Welt und in den vielen Möglichkeiten die wir als Schöpfer einfach haben innerhalb dieses Planeten-Systems, um das dann eben stark und stabil den Weg zu gehen, aber natürlich eben auch Grenzen brauchen. Also ich bin auch kein Freund von anti-autoritärer Erziehung, weil ich einfach wahrnehme, dass das Monstergebird generiert, dass es Kinder, die einfach wirklich dann maßlos aus dem Ego heraus gar kein Maß kennen, gar keine Grenzen kennen, keine soziale Interaktion kennen, kein Verzicht kennen und was auch alles psychologisch daraus resultiert, wenn ich meinem Kind aus falsch verstandener Liebe immer alles gebe und in den Arsch schiebe und ermögliche und erlaube und sonst was, dann werden das sozusagen, dann werden das, ich nenne es halt, kleine Monster und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte. Also es ist eine riesen Herausforderung, also grundsätzlich und darum gibt es ja auch dieses tolle polare Spiel Mann sein, Frau sein, irgendwas dazwischen, beides zugleich, Kind sein, Eltern sein, das sind, schon alleine das Konzept dieser Lebensstruktur schenkt uns eine unendliche Fülle von Erfahrungsmöglichkeiten und Qualitäten. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was glaube ich, man auch noch in ganz, ganz viele Bereiche ausschmitten könnte, weil es irgendwie, ja, alle Lebensbereiche betrifft, egal eben ob Kind, Frau oder Mädchen, Frau und Junge und Mann. Was ist denn deine Botschaft, die du gerne noch an die Zuschauer senden möchtest zu diesem Bereich? Also das Wicht, ich finde es einfach am wichtigsten, dass ihr von euch selber abholt, wo ihr steht und das, wenn möglich, mit dem Blick als Seelen auf euren Menschen und der Blick der Seele auf den Menschen ist immer liebevoll, mitfühlend, Anerkennung, respektvoll, achtend, unterstützend, also aus einer Haltung, wie wenn wir es uns vorstellen, wie wenn liebende Eltern uns selber betrachten. Liebende Eltern sind immer stolz auf ihre Kinder oder haben immer Mitgefühl und möchten sie immer unterstützen, aber auch schützen. Also mal einfach diese Haltung uns selber gegenüber zu haben, dass wir uns betrachten mit den Augen der Liebe, mit den Augen der Seele, der Weitheit und des bestmöglichen oder des optimalen Bewusstseins auch natürlich unsere Schwächen und dann uns da abholen, wo wir sind und auch zu wissen, wir haben jederzeit die Freiheit zu wählen, was wir wählen wollen. Wir müssen uns nichts unterwerfen und alle Angebote, die von außen kommen, dürfen wir annehmen, wenn sie uns denn genehm sind, wenn sie uns dienlich sind und wir dürfen sie ablehnen, wenn sie sagen, nein, das ist nicht meins, das dürfen wir, dafür sind wir hier, um diese Experimente zu machen. Und wir haben mittlerweile eine riesige Fülle an Möglichkeiten, uns zu inspirieren, inspirieren zu lassen oder uns Unterstützung zu holen von außen, von anderen Menschen, von Konzepten und Strukturen, die uns da dienlich sind und dass wir einfach wissen, wir haben eben die Freiheit, dass wir das, aber wir müssen es, also da bin ich ein Stück weit, ja, wir müssen es nicht wirklich, wir dürfen es, aber irgendwo in der heutigen Zeit ist es ein Muss, weil wir alle getrieben werden, neue Rollen zu definieren als Männer, als Frauen, Beziehungsrollen, Familienrollen, Kinderrollen, das will jetzt alles neu geschrieben werden, weil wir einfach in den letzten Jahrtausenden viel zu viel Negatives, Destruktives durchlebt haben und dem Macht gegeben haben und jetzt will sich ganz viel korrigieren und heilen und transformieren und auch auf eine höhere Bewusstseinsebene gelangen und das betrifft natürlich unsere ganze Gesellschaft und das betrifft jeden Einzelnen von uns in unserer Rolle als Mensch und als Frau oder als Mann, dass sich das alles verändern wird und dass wir einfach Bescheid wissen, wir sind hier auf einem Weg und es gibt keine absoluten Lösungen oder Wahrheiten, wir sind in diesem Experiment noch Frischlinge, wie können wir es, wir haben zwar die Erfahrung der Vergangenheit, wie es bis jetzt lief, zumindest wie wir es nachvollziehen können, die offenen Menschen von uns können natürlich auch eintauchen in die frühere Historie, wie es alte Kulturen gemacht haben, nicht nur über Überlieferungen, sondern auch medial, wie war denn das in der Kultur von Atlantis, wie war das in der Kultur, in der Hochkultur von Ägypten, in Indien, bei den Maya oder all, welche Hochkulturen auch immer wir da wählen und uns anschauen, was waren denn da für Modelle oder für Konzepte und wir können uns natürlich aber auch intuitiv oder Kraft unseres Bewusstseins mit den archetypischen Feldern verbinden. Was finden wir denn da für eine Inspiration, wenn wir uns mit den Göttinnen oder mit den Göttern mal in Verbindung setzen? Ich meine, wenn man die griechischen oder auch die römischen Götter betrachtet, dann muss man sagen, das waren mehr Halbgötter, weil die hatten so viel Ego und so viel Kämpfe und Spannung und Eigenwille und Egoismus, das ist jetzt nicht unbedingt gerade vielleicht die beste spirituelle Grundlage, aber es gibt eben auch archetypische Felder in der geistigen Welt, die die gesunden, spirituellen Konzepte von Mann sein, Frau sein, Umgang mit Kindern auf Begleitung von Kindern, Erziehung in Anführungszeichen von Kindern, Schulmodellen und so weiter. Das gibt es ja alles und die inspirierten Menschen und Eltern, die sich da berufen fühlen, da neue Konzepte umzusetzen, die sind ja auch in Verbindung mit diesen inneren Feldern. Das heißt, es gibt da auch ganz viel aus der geistigen Welt und ich glaube, das ist auch ein Weg, der immer mehr Raum bekommt, auch in der normalen Gesellschaft, dass wir uns wirklich erlauben, uns inspiriert zu werden und nicht immer Beweise fordern oder nicht immer nur die scheinwissenschaftlichen Ebenen von Psychologie, Soziologie, Anthroposophie und diese Konzepte alle so dieses Studierte, Akademische zu Rate ziehen, was halt eben auch sehr wieder gefiltert und verdreht und verzerrt zum Teil ist, sondern uns erlauben, direkt mit den archetypischen Feldern des Lebens halt in Verbindung zu treten. Und für die Frauen halt wirklich zu wissen, es ist jetzt eine Jahrtausende Heilarbeit bei, im weiblichen Feld einfach, jetzt schon seit Jahrzehnten am Laufen, eine Heilarbeit eben aufgrund dieser patriarchalen Strukturen und da geht es jetzt darum, dass die Frauen eben in ihre Frauenpower kommen und sich nicht als die besseren Männer überzeugen lassen, dass sie ihren Mann stehen sollen und das geht es ja gar nicht, sondern wir brauchen jetzt die weiblichen Qualitäten, die einfach in unserer Gesellschaft zu wenig sind, wobei auch hier die Männer auch nicht gesund sind, also auch für die Männer. Natürlich, wenn wir von Patriarchat sprechen, dann sprechen wir auch ein Stück weit vom verwundeten Mann, vom kranken Mann, weil ein gesunder Mann braucht kein Patriarchat, genauso wie eine gesunde Frau kein Matriarchat braucht, sondern da ist eine Ausgewogenheit, ein Miteinander, ein freudiges Fest, ein Tanz, ein ewiges Miteinander Gebären und Neuerschaffen und eine Quelle von so unglaublichen Möglichkeiten und Fähigkeiten und Qualitäten, wenn das Männliche und das Weibliche Miteinander eben sich vereinigt und höher schwingt und das beginnt zuerst mal in mir selber, dieser Tanz, diese Beziehung zwischen meiner eigenen männlichen und weiblichen Seite und erst dann, sekundär, geht es um die Beziehungen im Außen. Das heißt, auch die Männer haben viel zu heilen, auch aus der Täterrolle, auch der Täter ist ein Opfer, auch der Mann als Täter ist eben krank und verwundet und ist nicht gesund und in seiner wahren Kraft, also auch die Männer sind nicht in ihrer Kraft. Im Endeffekt kann man sagen, momentan haben wir Milliarden von kranken Menschen, die auch ganz stark in ihrer Geschlechtlichkeit erkrankt sind und das zeigt es natürlich auch, mit welchen Mitteln versucht wird, diese Krankheit aufrecht zu erhalten, eben, ob das jetzt das Schulmodell ist oder ob das jetzt der Feminismus ist, Transgender oder die Pornografie, das ist natürlich auch ein Riesenthema, Pornografie, Sex, Cells und überhaupt die Pornoindustrie, die ja auch hier hauptsächlich auf die Männer gerichtet, aber auch immer mehr auf die Frauen gerichtet, völlig falsche Konzepte von Sexualität, von Körperlichkeit, von Beziehung und so weiter, bewusst ins Feld der Menschen anbietet und man weiß, dass Pornografie eine hochgradige Sucht ist, also das ist das Pornografie, also süchtige Menschen nach Pornografie, sechssüchtige Menschen, die sind so süchtig wie Junkies, wie Heroinsüchtige, das weiß man aus der Suchtforschung und es wird bezahlt, es wird, es ist organisiert und wenn es dann natürlich noch weiter geht in die Kinder, in die Kinderpornografie, in die Pedulifie und noch in tiefere Räume von absolut abartiger Art und Weise, wie man mit Kindern umgeht und wenn man weiß, was es mit Kindern macht, wenn man die schon sehr früh sexuell missbraucht und konditioniert und so weiter, was das für Erwachsene werden in ihrer psychologischen Struktur, finde ich es sehr wichtig und gut, dass im Moment sehr aufgeräumt wird mit diesen ganzen pädophilen Strukturen. Aber das ist eben nur eine Ebene und auch hier nochmal die sexuelle Manipulation über Werbung im Namen der sexuellen Freizügigkeit und der sexuellen Freiheit ist natürlich schon pervers. Also als Mann fällt mir das natürlich auch auf, also wie viele Triggerfaktoren ständig in mein Feld projiziert werden in sexueller Hinsicht. Bei den Frauen ist das weniger, den Frauen wird einfach vorgegaukelt, sie werden nie dieses Ideal erreichen. Also hier wird auch die Minderwertigkeit der Frau ständig natürlich getriggert und bei den Männern wird halt ständig der sexuelle Trieb getriggert über irgendwelche sexuellen Bilder, über sexuelle Werbung, versteckt überall, das ist sogar in Kinderfilmen von Walt Disney hat man in Analysen gefunden, dass hier überall sexuelle Symbole subliminal verpackt sind, um die Kinder schon dahingehend unbewusst zu triggern. Und wenn man natürlich dann in die Richtung geht frühkindliche Sexualisierung, frühkindlicher Sexualunterricht und so weiter und man sieht, was da eigentlich für Absichten und was damit psychologisch wirklich generiert wird, das hat nichts mit der Freiheit der Sexualität von Kindern zu tun, sondern da ist eine ganz klare pädophile, kranke Agenda dahinter, die sozusagen den Kindern schon das Sexobjekt und die verdrehte, pervertierte Sexualität schon eben in diesem Alter eingepflanzt wird. Und da müssen sich Eltern wehren, das ist ganz wichtig, weil diese, das sind Übergriffe, gerade über die Sexualität, die uns als Menschen und natürlich auch in unserer Geschlechtlichkeit, Mann, Frau, extrem prägen. Und ein wichtiges Mittel ist für Bevölkerungsmanipulationen. Da muss man sehr achtsam darauf sein. Das hast du ein ganz neues Tate aufgemacht. Ja, das ist, da kommen wir wirklich in extreme, große Räume halt von Themen, die jetzt im Moment einfach ablaufen. Aber wichtig finde ich einfach, wir haben die Souveränität, wenn wir sie uns selber verleihen. Niemand kann uns zu irgendwas zwingen, wir leben auf einem Planeten des freien Willens und wir müssen unsere Einwilligung geben oder wir müssen widersprechen. Für all die Angebote, die wir kriegen, das ist unsere Pflicht als Schöpfer. Wir können nicht passiv erdulden, also das können wir schon, aber dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir einfach benutzt werden von anderen, sondern wir müssen immer aktiv sein. Entweder aktiv selber erschaffen, also uns selber schöpfen und die Angebote aktiv widersprechen und sagen, nein, danke, das will ich nicht, das brauche ich nicht, das wähle ich nicht. Ich wähle folgendes und uns dann darauf zu konzentrieren, was unsere Wahrheit ist. Und dann können wir uns erschaffen, wie wir wollen, dann können wir uns als bunte Vögel manifestieren, dann können wir was auch immer für Geschlechter uns ausdenken und sie umsetzen, das ist die Freiheit. Aber ich finde, die meisten Menschen müssen zuerst mal mit ihrem körperlichen Geschlecht zuerst mal klarkommen, bevor sie sich dann eben im Transgender, in der Transgender Party mit 20 verschiedenen Geschlechten auseinandersetzen. also sollten wir zuerst mal die Grundlage bilden, eine gesunde Grundlage von Frau sein und Mann sein und Beziehungsfähigkeit. Da ist eigentlich die Hauptarbeit meines Erachtens zu leisten und das muss jeder für sich selber tun und das muss jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es keine vorgefertigte Lösungen, es gibt Hilfe, wie gesagt, es gibt Unterstützung. Wer das möchte, wer sich da angesprochen fühlt, es gibt genügend Informationen und Konzepte, aber sie sind alle experimentell, weil niemand kann euch euren Weg abnehmen und niemand kann euch eure Wahrheit vorsetzen und sagen, hier, hier hast du das Skript, halt dir einfach dran und du wirst glückselig werden. Das funktioniert nicht, so lernen wir nicht als Schöpfer. Und dafür sind wir hier. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dein Wissen, lieber Martin. War ein sehr spannendes Thema und ich freue mich auf unser Leben. Ja, ich danke dir für die Gelegenheit. Ich bin nicht wirklich befriedigt jetzt von diesem Gespräch, auch wenn es schon wieder einige Zeit gedauert hat, aber weil das Thema einfach so gigantisch ist. Es ist unglaublich. Also da möchte ich einfach allen die Anregung geben, entscheidet euch, was ihr möchtet und auf Basis dieser Entscheidungen wird das Leben mit euch kommunizieren und ihr mit dem Leben und dann werdet ihr euren Weg schon, euren eigenen einzigartigen Weg finden zu diesem Mann sein, Frau sein, Beziehung, Leben, wie auch immer, was in euch darauf wartet, dass ihr es verwirklicht. Aber ihr müsst euch dafür entscheiden und einfach wirklich aus euch selber schöpfen in der Selbstverantwortung und den Weg gehen und euch nicht verbiegen lassen. Aber das ist ja grundsätzliches Thema, da können wir vielleicht noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Ich wollte gerade sagen. Ich danke euch, danke dir, Francine, danke Vivotera und danke dir oder euch, liebe Zuschauer, wieder, dass ihr bei dieser Sendung dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass uns gerne einen Like oder Kommentar da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du kein weiteres, wertvolles, spannendes Interview mehr verpasst. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten, hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.